hallo welt da sind wir wieder und ich glaube wir können ein bisschen was forschen oder wir haben neue waffen waffenpläne bekommen ich bin mir aber nicht ganz sicher ob wir uns hier so wohl fühlen in dieser gegend litium können wir noch mit dem kupfer wäre richtig gut wir gehen aber glaube ich dennoch einmal ganz kurz auf die brücke und gucken wobei wir können ja schon mal gucken was für waffen wir machen können vielleicht ist da ja sogar eine bessere für uns schon dabei so die energie schrotflinte können wir zum beispiel herstellen unbekannt ach da brauchen wir jetzt schwefel für um die zu erforschen okay schwefel haben wir glaube ich sogar mitgebracht ein bisschen nein schwefel schwefel ist unser großes problem wir haben kein schwefel mehr das heißt wir können auch hier keine geschütztürme oder sowas mehr herstellen da brauchen wir immer schwefel für oh nein und wenn wir schwefel hätten würden wir viel eher sowas hier bauen gucken wir erst mal ob wir schon irgendwelche gegner auf uns aufmerksam gemacht haben durch unsere aktion letztens scheint keiner in der nähe zu sein hier oben sind immer noch zwei framen gefahr hoch naja damit ist das gebiet gemeint oder ja framen sind wohl immer gefährlich oder was kann passieren wenn wir ich glaube nicht dass wir die irgendwie erledigen können dass wir sagen wir nehmen uns ein schiff von denen vor und dann das nächste und dann und so weiter ich glaube die sind immer da ja das ist sinnlos die haben auch ein klonlabor die können sich auch klonen oder wenn wir ein schiff zerstören könnten doch ja dann wäre das ja einfach nachher dann haben wir nur noch als problem hier die kosmischen sporen die asteroiden und die sonnenstürme hier fliegen wir weiter oder bleiben wir jetzt hier also kupfer hätte ich ja schon ganz gerne wir können ja bleiben bis sie uns vertreiben oder noch mal runtergehen ja pilz den pilz könnten wir noch mit einsammeln jahre hier haben wir oben nur ein jahre ist da ja sollen wir hier noch mal runter das war ziemlich haarig da unten und wir haben keine keinen geschützturm schrottes egal das können wir nachher noch einsammeln aber die planeten planeten also wenn wir noch mal starten dann sollten wir das mit dem schrott darauf sollten wir größtenteils verzichten wir sollten eher die planeten immer besuchen als erstes kupfer ist nicht schlecht da kommen wir landen auf jahr dort oder den pilz sollen wir uns n2o wie viel n2o haben wir denn drei holos haben wir lebensform geklont dadurch ja hilft alles nichts so begeistert bin ich nach wie vor nicht von dieser ganzen geschichte hier wenn die andauernd an bord kommen wir haben keine möglichkeit uns besser zu verteidigen hier war die gefahr hoch los wir holen den anderen pilz aber wir nehmen glaube ich so ein geschütz noch mit oder warum heilen wir uns nicht das dauert wieder bis wir uns selber der röntgenwerfer ist ja auch nicht schlecht ist das da oben der schaden den das anrichtet wo sonst unser unser lasergewehr ist hier in der mitte das heißt 169 achso wird uns jetzt nicht angezeigt wird uns in der werkstatt angezeigt oder wir brauchen sowieso alles die besseren sachen werkstatt 2 und so da kommen wir gar nicht dran wir kommen ja auch nicht an den schild dran ja was machen wir denn jetzt sagt mal leute wir wollen sowieso alles abholen oder dann ist egal kupfer ja dann holen wir erstmal kupfer sauber ja dann hauber 6 6 5 4 3 2 4 08. Launch sequence activated. Schwefel? Brauchten wir nicht auch Schwefel für irgendwas? Das ist kein Schwefel. Wir machen wieder das Falsche. Das ist Aluminium. Moment. Hier war eine Lebensform irgendwo? Das war Peter. So. Oh Mann. Halt, halt, halt. Wir kommen gar nicht zum Einsammeln so schnell. Wow. Oh. Er hat uns aber einen verdonnert. Warum Biomasse 2 jetzt nur noch? Irgendwie, äh, keine Ahnung. Wir haben gar keinen Zugriff auf unser Mutterschiff scheinbar. Nicht schönes für uns dabei. Aha. Voll? Echt? Einpacken weg hier. Ein Energieding haben sie kaputt gemacht schon. Oh nein. Das... Kommen wir nicht auch ganz ohne aus? 10, 9, Launch, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die werden gleich wieder bei uns das... das Schiff versuchen, da reinzukommen, zu kapern oder... Und? Ja. Ja. Ja, genau. Wären wir nicht verbunden. Jetzt verstehe ich das auch. Hat da ein bisschen gedauert. Aber wir haben es ja auch nicht so oft gebraucht. Was wollten wir jetzt nochmal machen? Achso. Warten bis abgeladen ist und einmal gucken auf der Brücke. auf der anderen Brücke hier lang. Ob die vielleicht doch in der Nähe sind? Dann hauen wir gleich ab. Nichts in der Nähe, finde ich. Aber wo sind wir denn jetzt runtergegangen? Das ist ja gar nicht weniger geworden. Doch wir haben Aluminium und Kupfer gesammelt. Ja gut, mit Kupfer können wir nachher schön unser Schiff verstärken. Mhm. Wo sind wir bei diesem. noch mal runter ja ach dann haben wir es dann nehmen wir uns den nächsten vor wenn wir noch können ohne alles jetzt runter oder wie viele haben wir hier von denen drei naja wie gesagt die machen die ja auch kaputt ja besser das als uns oder können wir denn nicht noch irgendwas herstellen nichts zu machen das bräuchten wir viel dringender hier an bord los anschnallen und los harvester destination set oder wir müssen das üben immer wenn die kommen stellen wir gleich so ein ding dahin da kommen wir nehmen das hier salpeter da wissen wir doch auch langsam wie das geht die kommen immer von hinten oder oder da ist noch einer gibt doch haben wir nicht weg 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 das war ein reinfall ach jetzt haben wir auch noch unseren energieschild da gelassen warum war denn jetzt nichts an bord haben die beiden vielleicht schon verbraucht aber das müsste aber automatisch immer aufgeladen werden hier das war aber knapp biomasse 1 von 200 1 passt hier nur drauf letztens hatten wir zwei weil wir unten was eingesammelt haben ja haben wir aber doch jetzt gerade eben auch da war doch überall so grünes zeug wow das war ja wohl nichts diesmal so ein reinfall nee wir haben gar nichts mitgebracht diesmal doch salpeter erz einmal wir schaffen das nicht gegen die anzukommen was soll ich denn machen den pilz können wir ganz schnell holen darauf müssen wir hier verzichten kupfer und alles was da ist ach echt lithium haben wir hier noch kupfer eisen lithium ja 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 dann holen wir uns den pilz und dann das jahri und den lassen wir aus hier hoher Pilz? Ja, die ist schon wieder Au So, jetzt haben wir zweimal Biomasse eingesammelt Und wir haben zweimal Biomasse hier, okay Aber wo? Wo 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 wo? Zwei Seiten? Biomasse wieder an Bord Ja Oh 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 Ja gut, hier haben wenigstens auch bessere Waffen und naja, das sollte so sein, oder? Und so kommen wir vielleicht dann doch ein bisschen weiter Ja, aber auch nicht immer Ja Und wir haben auch nicht endlos Munition, so Doch, wir sind sogar voll Wow Ja, damit sind wir am Ende der Folge Ich bedanke mich für euer Zusehen Für eure Kommentare Und für eure Likes Daumen hoch auch für euch von mir Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Tschöö 博 Oh Wichtig Vielen Dank.